Es geht übrigens jetzt auch bald wieder Selbstliebe-Challenge los, sehr cool. Und die Selbstliebe-Challenge Advanced und die Wohlfühl-Challenge, auch ein sehr cooles Programm. Ja, heute haben wir ein Video, das hat mir jemand geschrieben, der von Borderline betroffen ist und mal ein paar Worte dazu sagen möchte, wie das aus seiner ihrer Sicht aussieht. Ich sage mal vorab gleich nochmal, das wird glaube ich manchmal auch vergessen, dass mein Kanal ist ein Beziehungskanal zu Dating, Beziehung und Liebe. Manchmal mache ich auch andere Themen, ich weiß auch nicht, Spiritualität oder keine Ahnung. Und kein Kanal für, ja, wie soll ich mal sagen, Persönlichkeitsstörungen. Weil da muss man ja eh, also wenn man eine konkrete Störung hat, muss man natürlich die richtige Behandlung suchen, Psychotherapie. Und genau, aber natürlich gibt es viele Menschen, die mit Menschen zusammen sind, die mit Persönlichkeit schon getroffen sind. Und das kreiert natürlich eine Menge Beziehungsthemen, insofern klar. Und natürlich mag es auch Leute geben, aber da gibt es auch viele, glaube ich, in meinem Programm, die vielleicht da irgendwo mit irgendwas zu tun haben und trotzdem natürlich Dating-Tipps haben wollen und so. Das ist ja auch kein Problem. So, lieber Christian, ich verfolge deine Videos schon seit ein paar Jahren und denke, dass du sehr vielen Menschen eine große Hilfe bist. In letzter Zeit hast du vermehrt Stellung bezogen zu Johnny Depp und Amber Hurt, was sicherlich daran liegt, dass die beiden eine toxische Beziehung geführt haben. Ich selbst bin von Borderline betroffen und möchte mich deshalb zu dem Verhalten von Amber äußern. Borderline erleben ihre Emotionen neunmal so stark wie ein gesunder Mensch. Das heißt, wenn sie traurig sind, erleben sie es wie eine Depression. Wenn sie Angst haben wie eine Panikattacke oder Todesangst. Wenn sie wütend sind wie einen cholerischen Anfall. Da Borderline eine kurze Zündschnur haben, können sie die Reaktion nur schwer beeinflussen, da ihnen sozusagen die Puffer fehlen zwischen den Gedanken, den Emotionen. Und den durch diese Gedanken ausgelöst werden und darauf folgenden Reaktionen. Deshalb kommt das Außenstehen so vor. Das wird ein Borderliner auf Knopfdruck ihre Emotionen ändern. Das tun sie aber völlig unbewusst, weil sie keinen Einfluss bzw. keine Kontrolle darüber haben. Sie ertrinken quasi in ihren Emotionen. Da Menschen unterschiedliche Schmerzkörper haben, reagieren die Menschen eben auch unterschiedlich auf ihre Emotionen. Sicherlich kannst du dir vorstellen, wenn ein Borderliner sowieso schon unter der Intensität seiner Emotionen leidet, wie es sich für ihn anfühlen muss, wenn er verletzt wird. Der Schmerz ist kaum zu ertragen, während der Verletzende noch nicht mal ein Gefühl dafür bekommt, dass er sein Gegenüber verletzt haben könnte. Oftmals sind das eben Kindheitstrauma, das angetriggert wird. Manche Borderline durchleben Todesängste. Es gibt immer zwei, die in einer Beziehung agieren. Ember hätte Johnny ihre Grenzen aufzeigen müssen, auf liebevollen, respektvolle Art. Dadurch, dass sie aber eine kurze Zündschnur hat, explodiert sie sofort und schießt zurück, wenn sie getriggert wird. Wie gesagt, es passiert leider alles unbewusst. Erst einmal einem das klar wird, kann man gegensteuern. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt einigermaßen rüberbringen kann, meine Gedanken dazu. Weil ich möchte, also wie gesagt, ich mache ja Beziehungstipp, Dating-Ratschläge und möchte Menschen helfen und eben ein einfaches Werkzeug an die Hand geben mit Chines und Dealbreaker, dass sie gucken können, ob sie eine Beziehungssituation, wo es vielleicht kurze Zündschnur gibt und alles, ob sie die bewältigen können oder nicht. Oder ob sie eben sagen, nee, sorry, das geht über meine Grenzen und möchte ich einfach nicht. Und dass sie eben nicht nachdenken müssen, was hat jetzt jemand, hat jetzt jemand vielleicht eine Störung oder nicht, sondern einfach für sich überlegen, ob das ein Beziehungsgeschehen ist, mit dem sie klarkommen oder ob das ein Beziehungsgeschehen ist, mit dem sie nicht klarkommen. Und ich hoffe, das muss man so immer auf verschiedenen Ebenen angucken und das ist manchmal echt schwierig. Und ja, das kann alles sein, ich glaube, das ist ja das Problem von ganz vielen Menschen oder von uns allen, das habe ich auch in meinem Buch, ja, beschreibe ich das auch über das Ego, das oder auch viele andere Sachen, die ich in dem Buch beschreibe, dass da, wo unser blinder Fleck sieht, was wir nicht wahrnehmen, dass da das Problem liegt, auch für andere Menschen, sage ich mal so. Nur hindert das Unbewusste einen ja nicht dran, ja, dass man nicht gerade stehen muss für das, was passiert. Also wir wissen jetzt ja auch gar nicht, es ist ja jetzt mutmaßlich, dass Emma Hörth vielleicht Borderline hat, hat sie niemand bekommen. Aber ich sage mal so ein Beispiel, weil da verheddern sich auch immer viele, gerade auch Menschen, die so ein bisschen ins Kuhab hingehen und sagen, ja, es ist ja unbewusst und das ist jetzt ein bisschen ein drastisches Beispiel für auch niemanden anträgern, aber nehmen wir mal an, du schläfst am Steuer ein und überfährst irgendjemanden und dann sagst du vor Gericht, ja, das wollte ich ja nicht, das habe ich unbewusst gemacht, trotzdem hat das natürlich einen Einfluss darauf, wie dieser Fall gewertet wird, aber trotzdem würde natürlich das Gericht sagen, ja, trotzdem hast du es gemacht und ja, musst du irgendwie Verantwortung für übernehmen, weil Richtung, also wo wir hingehen, denke ich, in der gesellschaftlichen Entwicklung müssen wir einfach immer mehr Verantwortung übernehmen für unser Verhalten so, und ja, und uns dann halt, was weiß ich, in Therapie begeben oder ich weiß nicht was und wenn wir merken, das ist natürlich jetzt ein drastisches Beispiel, aber ich überfahre immer wieder Menschen so als Metapher sozusagen in der Beziehung, ja, muss ich vielleicht überlegen, was ich dann mache, kann aber nicht automatisch erwarten, dass andere es immer aushalten müssen so, ne, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Borderline ganz weites Range ist und manche haben vielleicht noch, das ist ja auch, gibt ja eine hohe Komorbidität mit narzisstischen Anteilen und wenn die dann noch vielleicht auch noch mit drin sind, dann wird es vielleicht noch viel schwieriger mit dem Partner, als wenn die nicht mit drin sind und, wie gesagt, ich sage das auch immer wieder, ich verstehe schon, dass einen so ein Label oder selbst die, die die Diagnose haben in sich noch große Unterschiede haben wahrscheinlich, ne, und es gibt ja auch verschiedene Typen und, aber das muss man jetzt nicht alles hier aufzählen, trotzdem, ja, für denjenigen, der da in der Beziehung ist, muss der einfach gucken, ob er das handeln kann oder nicht, so, ne, und ob das jetzt, ob man jetzt bewusst oder unbewusst verletzt wird, ich weiß, das ist, ich fühle, ist das immer so wahnsinnig wichtig, nur im Endeffekt macht es ja nicht viel aus, die Verletzung ist ja da, sage ich mal, ne, und wenn man, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, jemand trinkt und wenn er trinkt, wird er immer ausfällig, ne, und da kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, ich mache es ja nur, weil ich trinke, dann muss ich halt überlegen, wie kriege ich meinen Trinkkonsum im Griff, weil, ja, ich muss Verantwortung übernehmen, so, ne, einfach mal das, ansonsten, ja, ist das sicherlich eine gute Beschreibung, kann ich mir alles, denke ich, das passt so, ist auch, entspricht auch dem, was ich so kenne, unter anderem, was wollte ich denn noch sagen, ich wollte da noch was zu sagen, ja, gut, auf jeden Fall mit dem Unbewusst, ja, das ist halt so eine, so eine Sache, ne, irgendwas, wollte ich jetzt noch sagen, aber vielleicht komme ich noch drauf im weiteren Text dieser Mail, ähm, so, wo waren wir jetzt, ähm, ich wollte auch, dass wir aus der Sicht von Ember sprechen und die sagen, dass sie nicht das Monster ist, für das sie immer gehalten wird, ja, also ich kenne Ember nicht, das sind ja sowieso alles nur, äh, ich meine, ich sage ja immer, jeder hat eine lichtvolle Seele im Körper und manche haben eben mehrere, also haben eben härtere Sachen aufzubeiten, andere weniger, ähm, aber, ähm, was ich halt immer schwierig finde und ich schreibe das jetzt mal nur auf so einer Verhaltensebene, das ist, ähm, also wenn ich jetzt vielleicht jemanden habe, der sagt, oh, ich habe so Schwierigkeiten mit meinen Emotionen und es tut mir leid und manchmal, äh, habe ich eine kurze Zündschnur und ich entschuldige mich dafür, das ist ja ganz was anderes, als was wir da sehen, dass jemand sagt, ich bin im Prinzip eine Heilige, ich habe noch nie irgendwas falsch gemacht, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nie gelogen, äh, es stimmt alles nicht, äh, äh, und, äh, Gaslighting betreibt und ja, ich wollte das Geld spenden und keine Ahnung und, äh, nein, das stimmt alles nicht und, äh, ich habe es ja vorgehabt zu spenden und haben sie es nicht jetzt gespendet, äh, ja, äh, und, und diese ganzen Verhaltensweisen, ähm, ja, die machen es eben noch viel schlimmer, also egal, was sie da jetzt hat, äh, finde ich das einfach wahnsinnig, äh, schwer mit einem Menschen, äh, in einer Beziehung zu sein und, äh, der sich nicht entschuldigt und ich meine nachweislich, weil wir wissen jetzt nicht, was Johnny Depp gemacht hat, aber, äh, sie hat ja nachweislich selbst auf den Audiobotschaften zugegeben, dass sie ihn geschlagen hat und das ist einfach nicht in Ordnung, ne, und wenn sie jetzt, sie würde jetzt sagen, was sie nicht mal macht, aber sie würde jetzt sagen, ich kann einfach nicht anders, ich muss immer Menschen schlagen in einer Beziehung, ja, muss man vielleicht überlegen, wie man da verantwortungsvoll mit umgeht, ne, das ist jetzt alles sehr plastisch, wie ich das beschreibe, ich hoffe, ihr wisst, dass es so verschiedene Ebenen sind, also das ist eine Ebene, die vielleicht für Partner relevanter ist, für einen Menschen, der vielleicht sagt, oh, ich habe hier ein Problem, ich gehe damit in Therapie oder ich weiß nicht was, es ist sicherlich wichtig zu verstehen, warum mache ich das, äh, wie hängt das alles zusammen, was kann ich dagegen machen, und, äh, aber der erste Schritt ist immer, Verantwortung zu übernehmen, ne, ist meine Meinung, aber ihr könnt gerne schreiben, wenn ihr das, ähm, anders seht, aber ich weiß nicht, wie es sonst gehen soll, ne, und es sind natürlich viele Menschen, die, äh, Persönlichkeitsstörungen haben, sehen natürlich überhaupt nicht den Anlass, also die sind da so unbewusst, dass sie niemanden den Anlass sehen, ne, und was man auch sagen muss, das wollte ich noch sagen, genau, dass jeder Mensch für sein Verhalten gute Gründe hat, jeder, also wenn ich jetzt eine Bank aus, äh, zehn Banken ausraube, finde das manche vielleicht asozial kriminell, äh, und ich mache aber für mich das Gefühl haben, ja, ist für mich stimmig, oder ich kann nicht anders, ich muss diese Bank ausrauben, oder ich weiß es nicht, also versteht ihr, jeder Mensch hat, äh, eine ganz klare Begründung, warum er sich so verhält, ne, und das sind eben zwei verschiedene Ebenen, die Innensicht, die ist natürlich genauso legitim, und die Außensicht, wie ein Partner damit, ob ein Partner damit umgeht oder nicht, und ach genau, was ich auch noch sagen wollte, was du sagst, es gibt immer zwei Seiten, nein, es gibt Beziehungssituationen, äh, wo es manchmal auch nur eine Seite gibt, also wenn einer einen Grenzübertritt macht und der andere nicht, ähm, ja, natürlich kann der andere ihn vorher provoziert haben, dann sind es vielleicht zwei Seiten, aber es gibt auch manche Beziehungssituationen, gibt es auch nur eine Seite, so, ne, also wenn ich jetzt, ähm, ich sage jetzt mal ein drastisches Beispiel, wenn ich zum Beispiel dieser, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und ich irgendjemand, äh, haut mich einfach um, äh, das ist ja auch eine mini kurze Beziehung, äh, da kann ich es nicht sagen, ich hätte einen Anteil daran, wenn ich einfach nur auf die Straße gegangen bin, der hat mich einfach umgenietet, weil, warum sage ich das, weil das finde ich es manchmal schwierig, finde, wenn Menschen wirklich Horrorsachen erlebt haben in Beziehungen und dann kommt jemand, äh, irgendein Berater und so, sagt, ja, es gibt ja mal zwei Seiten, wo du denkst, what the fuck, was soll ich denn hier getan, da haben die einfach gar nichts getan, ne, und manchmal hatten wir vielleicht dann doch was getan, und manchmal hatten wir auch gar nichts getan, ne. So, ähm, sie ist auch nur ein Opfer ihrer Kindheit, ja, ich habe es mit, äh, auch das habe ich eher so in meinen Büchern geschrieben, ich tue mich ein bisschen, aber es wird, glaube ich, zu weit führen, ich habe, ähm, natürlich, äh, sind viele Menschen Opfer ihrer Kindheit, aber, ja, die Eltern sind dann auch wieder, äh, Opfer ihrer Eltern und irgendwo muss es ja mal weitergehen, irgendwo müssen wir ja mal ansetzen, diese ganze Kram da aufzuräumen, sag ich mal, ne. Ähm, ja. Und was die Lügen betrifft, äh, Borderliner nehmen die Realität oft anders wahr, das hat nichts mit vorsätzlichen Lügen zu tun. Boah, das finde ich, ähm, nehme ich es mal so zur Kenntnis, ähm, da bin ich mir, äh, ja, weiß ich nicht, es ist, also meine Meinung ist, was da ein Behörd macht, also dazu sagen, das wäre nicht vorsätzlich, äh, also ja, das stimmt, ähm, dass Menschen mit Persönlichkeitsstörungen die Wahrheit manchmal anders wahrnehmen, vielleicht glaubt sie auch vieles, was sie da sagt, aber, äh, jetzt sozusagen anzunehmen, dass so ein komplexer Prozess wie vor Gericht zu lügen, ähm, was ja viel dafür spricht, dass sie das an meinen Pucken getan hat, ähm, oder irgendjemand muss ja gelogen haben, ne, also so ein, so ein Prozess vor Gericht mutmaßlich, äh, zu lügen und das vorzubereiten und diese Lüge, äh, zu decken, ähm, dann zu sagen, äh, das ist unbewusst, finde ich schon steile Aussage, muss ich wirklich sagen, das muss ich wirklich sagen, ne, also jetzt in dem Fall zumindest, ne, aber das mache jetzt als allgemeine Aussage auch für viele Fälle ein Stimmen, was du hier schreibst, ne, ja. Ähm, aber diese Persönlichkeitsstörung ist eben auch eine Krankheit, die in den meisten Fällen durch einen Kindheitstrauma entsteht, ja, so wie ich, mein Kettenstand ist, äh, gibt's, äh, die Prognomenprozentenzahlen kenne ich nicht, aber es gibt auch Borderline ohne Kindheitstrauma. Das ist eben wie viele, äh, also, äh, auch bei Borderline, wie auch bei Narzissmus gibt es auch, äh, genetische Komponenten, die müssen natürlich häufig werden, die getriggert noch durch, ähm, äh, Kindheitserfahrung, aber ich habe es auch extra nochmal nachgegoogelt, äh, weil ich diese Aussage auch von der Dr. Curry gehört hatte, es gibt Borderline ohne Kindheitstrauma, ja, also so richtig krasses, also ohne so eine krasse, sichtbare Traumatisierung im Kindesalter stattgefunden hat. Und auch das ist immer schwierig, das ist so ein, äh, so ein Selbstläufer, dass man immer sagt, das lese ich ganz viel und ich kenne das auch von früher, dieses, ähm, aus dem Studium auch teilweise, ja, die Eltern, die Eltern, die Eltern, ja, es ist, es sind nicht immer nur die Eltern, wir tragen auch eine bestimmte Familientheme mit, eine genetische Ausstattung und müssen da irgendwie mit klarkommen. Wir können nicht immer sagen, die Eltern haben alles falsch gemacht und, ähm, aber was sie, das soll jetzt nicht heißen, natürlich gibt es Kindheitstraumata, spielen eine Riesenrolle. Ich bin nur der Meinung, es wäre, viele werden gut beraten, einfach zu gucken, was kann ich denn jetzt damit machen, wo ich jetzt stehe und nicht immer wieder, äh, dieses Opfergefühl reinzugehen, dass immer irgendjemand schuld sein muss an diesem Zustand. Das ist nicht die stärkste, stärkste Status, in dem man sein kann. Also man kann das gerne machen, da gibt es natürlich noch nichts dagegen, wenn wir das unbedingt böse was machen. Meiner Ansicht nach schwächt er das häufig, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Ähm, es gibt keine Entschuldigung für ihr Verhalten und sie wird die Verantwortung dafür tragen müssen. Ja, da sind wir ja wieder auf der gleichen Spur, sehr gut. Ja. Oder habe ich das schon vorgelesen? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. So, in den meisten Fällen durch ein Kindheitstrauma entsteht und deshalb ist es für Ember doppelt tragisch, da sie immer noch mit ihren Wunden zu kämpfen hat. Gut, ich kenne auch Menschen, ähm, die so in die Richtung gehen, wie Ember hört. Und nochmal, wenn jemand einen kalt ins Gesicht lügt und komplexe Sachen macht, wie vielleicht mutmaßlich Schmutzkampagnen zu fahren, Falschanschuldigungen. Also da tue ich mich jetzt schwer zu sagen, das ist alles unbewusst, weil das sind so komplexe Handlungen, die immer ich, jetzt beim besten Willen, ich weiß, wie man die unbewusst machen kann. Aber, ja. Wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du meine Stellungnahme aus Sicht deiner Borderline veröffentlichen könntest. Ja, mache ich gerne und auch wirklich bedanke mich herzlich für deine Sichtweise hier. Ähm, wie gesagt, was in ganz vielen Punkten bestimmt stimmt. Ich glaube, man, die Verwirrung entsteht manchmal, wenn man diese Ebenen durcheinander bringt, ne. Ja. Sowohl Johnny als auch Ember sind Täter als auch Opfer. Ja, das, äh, da gehe ich von aus. Also allein schon dadurch, dass, äh, Johnny Depp so extrem Drogenkonsum betrieben hat, ähm, und, äh, ich würde mal sagen, wir alle, ähm, sind irgendwo Opfer und Täter, deswegen diese, dass man diese schwarz-weiß-Denken bringt uns da wirklich nicht viel weiter. Also da bin ich, gehe ich schwer von aus, dass das, äh, dass das eine korrekte Aussage ist, ja. Und ich finde diesen Gerichtsprozess sehr traurig und tragisch für beide. Ja, ich, äh, glaube ja immer ans große Ganze und ich glaube, die, äh, erfüllen einen Dienst an der Gemeinschaft damit. Habe ja schon in anderen Videos was zu gesagt und, ähm, kann man nur dankbar sein, dass die das machen. Ja, ja, so sehe ich das. Und vielleicht, äh, äh, auch, äh, toxische Beziehungen, ähm, nicht, dass man die jetzt bewusst eingehen sollte, aber tragen bei zur Bewusstwerdung, äh, und zur persönlichen Weiterentwicklung sogar massiv häufig. Und auch für die ist das eine Chance, ne, ganz klar, ne, wenn sie sie denn nehmen wollen, ne. Liebe Grüße und vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz. Ja, ich danke dir für diese Mail und wenn du auch solche Kommentare, Fragen hast, kannst du auch über ein Formular auf liebesche.de schicken. Kannst auch gerne kommentieren. Manchmal lese ich auch längere Kommentare vor und wir sehen uns bald wieder.